jo leute max star hier und heute spielen wir wieder star wars battlefront und zwar alles gut gehen wir mal rein habe nur manchmal bin ich mir nicht sicher ob es aufnimmt so und heute wollte ich mal gefecht nehmen also ja wir probieren es heute mal mit gefecht und wir probieren es wollen ich habe mal lust da ich werde im moment also star wars battlefront aufnehmen weil sie ist so das einzige game wo jetzt so ein bisschen am interessantesten ist ich hoffe es gefällt euch auch ihr dürft auch wünsche gerne in die kommentare schreiben also wenn ihr mal einen wunsch hat was so spielen dann können wir das gerne versuchen und zwar als dann ich nehme galaktisch premium oder wollen wir mal die rebellen sein kommen sind einmal die rebellen nehmen wir mal das ja und wenn ihr so wünsche habt ihr könnt sich stets da ein bisschen leiser damit ich auch besser reden kann mit euch ihr dürft sie gerne hineinschreiben also wenn ihr zum beispiel sagen wir jetzt ich soll mal call of duty spielen also das ist möglich wenn jetzt hier das würdet sagen also call of duty habe ich mir eh mal vorgenommen zu kaufen mal aber sagen wir einfach ein game wunsch dann können wir das gerne mal ausprobieren ich hoffe also wenn ihr beim letzten live stream habe ich ja ein link hinzugefügt über den live stream reden wir dann noch später wieso der nicht rechtzeitig kam am samstag also ja sind wir da ich hoffe wenn ihr das sein die origin mit deinem also map ich meine dieses programm heruntergeladen hat ich hoffe es hat euch geholfen ich denke natürlich auch an euch was ihr dass ihr das auch das ist vielleicht euch auch möglich ist deswegen habe ich das auch im link ähm ja das sind gegner muss und ja und über den live stream wollte ich auch noch gerade sprechen ja du hast zu weit entfernt verlaufen aha schreibe ja den live stream kann mit nicht irgendetwas hat der probleme beim youtube also ich werde euch informieren falls probleme gibt kann ich vielleicht manchmal nicht stimmen aber ich probiere es trotzdem oder es wird einfach später bis ich stimmen kann so jetzt müssen wir da sieht es nicht so gut da haben wir fast der hätten wir fast gehabt da schön in der ding da schön in bleiben ja also ich werde schon schauen also das haben wir ich habe mich wirklich aufgeregt dass der live stream ist es war für mich nicht ohne weil eigentlich mache ich youtube gerne ich freue mich für die videos für die let's play ich mache das wirklich gerne euch tipps und und ja also das mache ich eigentlich wirklich gerne also ich bin es jetzt es gibt manchmal youtuber wo einfach nur das machen damit sie viel geld haben oder dass sie machen weil sie es müssen und ich bin halt zu einer wo es wollte also ich habe mich für mein hobby als youtuber entschieden ich bin eigentlich ist 14 aber egal ich kann uns ja auch mit 14 viele tipps und tricks zeigen ich habe ich habe ich habe Das sollte nicht. Ähm, okay. Bis sie... Gut, ich muss jetzt da schauen. Oh, ich habe... Warte mal. Die fliegen da so schnell durchs Zeug. Okay, also beim Training konnte ich es, aber jetzt nicht mehr. Das ist doch komisch. Gut, wir haben vorhin eigentlich schon ein bisschen getroffen. Sie haben schon gelochen. So, komm. So, was... Ah, da unten haben wir schon jemanden im Sicht. Ja, gut. Weiter so. Jetzt gehe ich auf den mal los. Ich darf den nur nicht aus den Augen verlieren. Ach, jetzt ist der... Ach, von da kann ich besser schießen. Habt ihr das wie... Ja, ich bin immer noch verkältet. Habt ihr das gesehen? So. Komm schon. Also, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit da rumfahren. Ich wollte euch nur mal diese Map da zeigen mit Schießen und so, wie das ist. Ihr könnt auch das andere Raumschiff nehmen. Ups. Was meint ihr, Leute? Krachen wir in eins rein? Fahren wir rein? Ich würde mal sagen... Rammen wir in ein Raumschiff rein? Oh, wir haben ihn schon getroffen. Nicht mehr viel. Gut, weiter so. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Gut. Ja, weiter so. Ich habe mir noch überlegt, wegen Zombie Rush. Also, es wird im Moment keinen Live-Streme von Zombie Rush gehen, weil... Es wird dann doch zu langweilig. Also, ich weiß nicht, was wir streamen sollen am... Freitag am Samstag. Ich werde noch schauen bei Star Wars. Es gibt auch noch das zweite. Add-on gibt es, glaube ich, auch schon. Ähm, ich will jetzt da nur... So, dann will ich euch noch etwas anderes zeigen. Und zwar, wir gehen jetzt mal raus da. So. Ja, man hört im Moment das Echo auch ein bisschen. So, wir nehmen jetzt mal... So, wir nehmen jetzt mal... Okay, ähm, ich habe mal Lust auf Multiplayer. Alle Modi aufliste. Alle Modi aufliste. Spiele suchen. Spiele suchen. Ähm, ähm, ich probiere es jetzt mal. Probieren wir es mal mit 40. Wir warten jetzt einfach ein bisschen, bis es geladen hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt ein zweites oder ein drittes Add-on. Gibt es, glaube ich, auch. Ich glaube... So, jetzt ist nur die Frage. Okay. Also, wir warten jetzt mal einen Moment da. Oh. Also, treten wir doch mit diesem Namen auf. Ich würde mal sagen, beitreten. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Jetzt spielen wir Multiplayer. Das heißt eigentlich online. Ich wollte mit euch... Eigentlich habe ich heute eben jetzt gerade vorgehabt, mal online zu spielen. Sonst hätte ich euch noch eine andere Map gezeigt. Also, eine andere Schlacht. Wir hätten eine Schlacht gemacht. Und hätte ich euch bei einer anderen Map, wo wir eine Schlacht hätten, gezeigt. So, welche wollen wir sein? Drücken und... Ja. Freischalten. Okay. Achso. Ähm. Gut. Rebell... Oh ja, warte mal, wollen wir im Prämium... Tut das auch mit dem Prämium? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich denke, drücken, um das Beizutritt und so. Warte, da können wir auch noch... Ich finde, es ist so gut. Dann treten wir doch mal bei. So, jetzt müssen wir... Ah, das können wir überspringen sogar. Ah, cool, jetzt haben wir sogar noch eine bessere Waffe, glaube ich. Okay. Wer schiesst gegen... Really? Really? Wer hat gegen mich... Ja, okay. 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 Okay, wir probieren es mal. Wir haben Besuch. Oh, jetzt müssen wir da gut aufpassen. Gut, damit gut, dass ich ein Team dabei habe. Okay. Hä? Scheiße. Okay, ja, ist gut. Ist gut. Ich will jetzt da nicht... Es ist... Es ist ja... Es ist ja... Ähm... Äh, okay. Wie es aussieht... Ähm... Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite da. Ah, erinnert ihr euch noch, wo wir da damals gespielt haben. Ah, jetzt haben wir einen Abzug. Erinnert ihr doch euch da, innen haben wir doch mit Dark V da. Und ganz am Anfang, die erste Mission, mussten wir... Ups... Rebellen töten. Wie es aussieht, haben wir jetzt nicht so viele Leben. Wir mussten doch ganz viele Rebellen, und... Wieso... Ich finde das sehr doof, dass man so schnell kaputt... So, jetzt werde ich zuerst mal... Ups... Warte, nein, das ist kein Gegner. Äh... 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 Ups, das ist ein Freund... Doch Tim, den ist da, er ruft sich mit ihm... Und da... Oh... Oh... Ah, jetzt habe ich... Jetzt habe ich schon ein paar getroffen... Nein... Ups, das war jetzt mein Fehler... Wir haben natürlich da... Nur, dass ihr das auch wisst... Man hat, glaube ich, da... Auch nicht gerade so viel Leben, war... Wie bei... Ähm... Es ist ein bisschen anders, wenn man da Multiplayert, als im... Normalen Modus. Nur, dass ihr das nochmal wisst... Und... Oh Scheiße, Das war jetzt riesig... Aber trotzdem ist es nur ein Spiel... Ups... Oh, das ist ein... Ui... Oh, oh... Wo ist jetzt dieser... Food... Oh... Nein... Ui... Ich... Ich... Ich weiss nicht... Sollen wir... Ballaster... Handy... Ich will mal... Ähm... Ähm... Ja... Ich beende da mal... Kami... Ähm... Ja... Das ist... Ähm... Ich wollte euch mal... Wollen wir jetzt noch weiter... Privatspiel... Aha... Privatspiel... Ah... Das ist wahrscheinlich, wenn man mit seinen eigenen Kollegen spielen wollt... Ähm... Da könnt ihr jedenfalls aussuchen... Spielmodi... 12... Und das Spielmodi 40... Könnt ihr natürlich auswählen... Und ähm... Ähm... Ja... Ich würde mal sagen... Wir machen mal... Eine Mission... Und zwar... Werden wir... Mal mit Überleben... Das wollte ich auch noch zeigen... Ähm... Überleben im Rebellenlager... Ich will mal... Überleben im Rebellenlager... Machen wir mal... Solo-Spiel... Also... Ich könnte jetzt noch... Also... Ich könnte jetzt noch... In den... In dieser Woche noch viel über Star Wars Battlefront sagen... Ja... Und wenn euch das nicht passt... Also... Wenn jetzt viele Dagegenstimmende sind... Und sagen... Ähm... Kein Star Wars... Ich finde es langweilig oder so... Dann werde ich ein bisschen weniger Star Wars machen... Aber... Dann... Dann möchte ich gerne... Dass ihr... Dann möchte ich gerne... Dass ihr... Ähm... Auch Wünsche rein... Reinschreibt... Also... Ich hoffe... Es gefällt euch... Ich finde es ein cooles Spiel... Weil... Also... Ich hab... Es gibt auch Mods... Für Star Wars... Einen... Alle dann aufgemeldet... Die Station... Da kommen Sie ihn... So... Weg da... Gut... Kann ich das egal... Uups... Gibt's mal da... Oh-oh... Okay... Da weg da! Uuh, der war nicht... Der sah... Der sah... Der sah... Der sah gefährlich aus... So... Haha... Das finde ich immer so lustig... Haha... Kommt doch! Wo seid ihr? Hallo... Mir ist langweilig... Oh... So... Jetzt müssen wir da nur... Gut... Das ist schon mal gut... Wir müssen jetzt... Aufpassen... Achtung... Ich glaube die suchen mich... Hallo... Ich kann euch aber nicht... 100% versprechen... Dass wir da gewinnen... Das ist... So... Wir haben es schon mal geschafft... Da oben ist eigentlich nicht schlecht... Da oben ist eigentlich nicht schlecht... Sichert das Gebiet... Und bringt die Kapsel in Sicherheit... Oh... 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 Achtung Leute... Jetzt wird's... Ihr habt's gehört... Oh... 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 Alles klar... Hey... Ei... Hi Captain... Bereit machen für die... Nächste Welle... Oh... 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 Bis jetzt ist da oben mal gut. Gut, ich mache jetzt noch diese Folge, bis wir sterben. Ups. So, bis ich sterbe, machen wir diese Folge. Und wenn ich gewinne, dann ja, dann beende ich diese Folge, wenn ich würde gewinnen. Was meint ihr? Gewinne ich? Ich denke, vielleicht zu knapp werde ich gewinnen. Wie kommt das drauf an? Der Feind ist gleich in der Heimweite. Schocktruppen mit schweren Rastungen. So, wir sind schon gut dran. Also, wenn ihr sonst Wünsche an Star Wars habt, in die Kommentare. Also, ich bin irgendwie ein wirklich richtiger Star Wars Fan geworden. Ich habe auch mal den Film gesch... ...schaut. Also, was ich als nächstes auch mal vorhabe, ist noch GTA 6 werden wir, wenn es rauskommt. Muss ich nachschauen, wenn es rauskommt. Dann werden wir sicher GTA 1-Spiel bringen und Call of Duty. Ähm, ja. Call of Duty. Ach, der braucht wirklich viele Schüsse. Ups. Uah! Nicht runter. Unsere Verteidigungslinie hat gehalten. Was? Wir sind schon bei der fünften Welle. Ersorgungskapsel abgesetzt. Da waren wir eigentlich nicht. Es ist doch eine Rettungskapsel gelandet. Was meint ihr? Wollen wir sie einsammeln? Nein. Jetzt nicht. Unsere Scanner zeigen eine weitere Welle an. Ups. Nein. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Oh, da. Ihr seht ja schon. So, den haben wir schon vernichtet. Ups. Du denkst, du hast so einfach Schassen gegen mich? Da ist eigentlich nicht eine schlechte Position. So, weg da. Ach. Weg mit. Oh, oh. Weg mit. Weg mit. Weg mit. Auf. Feuer frei. So, wir haben wieder ein extra Leben, wow, wir haben jetzt drei Leben, schon mal gut, wir haben ein extra Leben. Oh Scheibe, scheiße Leute, gut. Alles, oh, oh nein, weg uns schnell, das sieht nicht gut aus, Leute. Ups. Oh. Okay. Upsa. Achso, es wäre cool, wenn wir es bis ganz fertig schaffen. Okay, Welle 8, ich komme ins Spiel. Oh, jetzt müssen wir... Oh. Ja, ja. Nein, mach. Ja. Nein, mach. Ja. 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 Ähm. Ja. Wow. czywiście. Ja, ja. Ja. Nein. Mal. Oh. Nein! Es wird vorläufig. In Kürze müsst ihr in ihrer Nähe eine Versuchungskapfel landen. So, gut. Ähm, was meint ihr denn? Unser Scanner hat noch eine Rettungskapfel geholfen. Ich weiss nicht, ähm, wie soll ich die Position wechseln? Wir fangen feindliches Gnade. Vorsicht, Leute, Herrschaft schützen. Ja. Ich würde mal runter. Das sieht wirklich nicht gut aus. Oh. Nein. Oh. 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 Schon wieder einer. Schon wieder solcher Scharf schützen. Oh. 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 Aber ich weiss noch nicht, ich verspreche ja lieber nichts. Vielleicht könnte es morgen Zombie Rush geben. Weil dort müssen wir irgendwann auch wieder weitermachen. So. Oh. So. Noch einen Gegner. Gut. So, wir haben jetzt noch 5 Wellen. Also wenn wir jetzt würden verlieren, immerhin wir sind weit gekommen. Ich weiss nicht Leute, also entweder ich schau vielleicht noch Zombie Rush, habe ich sicher auch wieder mal Lust zum Spielen. Keine Sorge. Keine Sorge. So. 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 Gut. So. 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 Ah, gut! Gut! Jetzt nochmal Gut, so! Ja, wir sind gut, Leute! Oh! Oh! Ja! Das mit Raketen! Oh, oh! Oh, gut! 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 Ja! So macht das Spass! Wow! Wir haben die Innersekunden! Einfach! Die Raketenwerfer Schlafschützung! Alle waren auf ihre Posten! Ja! Drei Leben! Oh! Das sieht gut aus für uns! Es wäre natürlich schön, wenn wir gewinnen! Es wäre natürlich schön, wenn wir gewinnen! Ja! Ja! Junge! Das war der Letzte! Ja! Ja! Das ist im Prinzip die Versorgungskapsel, die wir Ihnen geschickt haben! Noch eine Welle! Unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet! Ja! Ja! Die letzte Welle! Die letzte Welle! Oh, oh! Die letzte Welle! Ja! Die letzte Welle! 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 Gewoll! Das war nie so! Hinzu! Oh! Gut. Ja! Ja, nice! Ja! 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 Was ist das? Wartet mal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Geht das jetzt noch weiter? Hä? Ähm, okay. Also, eigentlich haben wir fast gewonnen, aber wir schauen mal, wenn es jetzt weiter geht, dann... Ja, dann werde ich diese Folge beenden, weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir... Wir haben schon alle Wellen geschafft. Warte mal. Müssen wir... Was? Oh, die Kapseln! Stimmt! Was ist die Kapsel? Ähm, was ist mit dieser... Was ist mit dieser Kapsel? Muss die etwa weg? Äh... Äh... Okay, ähm... Ich glaube... Ich weiss jetzt nicht, was ich da mache... Oh! Wir haben noch einen Gegner! Ah, Mann! Hallo? Oh! Oh! Ah! Ja! Leute! Wir haben noch einen Gegner gehabt! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Möge die Macht stets mit euch sein! Wir haben es geschafft! Mission erfolgreich! Ähm, ja, Leute! Das war es auch schon für diese Folge! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und bis zu der nächsten Folge! Und haut rein! Und tschüss!